warte kommt jetzt der schnulzige teil nur ein bisschen aber ich kann die umarmungen und küsse überspringen elaine guy brush skurmut prävention erinnere mich daran wie lange wir schon verheiratet sind irgendwie kommt es mir noch vor wie am ersten tag wie läuft dein projekt zur skurmut prävention es läuft großartig wir werden vielen seeleuten eine menge limetten bringen und viele leben retten